Die Hirten dreht sich immer schneller, immer höher, weil da muss es sein. Keiner hat mehr Zeit zum Warten, es muss immer sein und zwar jetzt gleich. Die Hirten dreht sich immer, sogar beim Pimpernlein kein Witz. Der will mir hin und wieder auf WhatsApp schreit, dann muss die Antworten schneller wie ein Blitz. Und ich sag zu ihm, sag ich. Es pressiert doch nicht, wir haben doch alle Zeit der Welt. Es pressiert doch nicht, oh da da. Dem pressiert es nie. Es pressiert doch nicht. Wir haben doch alle Zeit der Welt. Es pressiert doch nicht, oh da da. Mit dem Freien, wenn ich mich treffe zum Ratschen, muss ich reden schnell in einem Pfad. Weil wenn ich da langsam reden darf, versteht er sicherlich kein einziges Wort. Wir wollen uns, dass wir uns noch treffen, weil ich genauso im Gegenteil bin. Zu jedem Treffen kommt jeder eine Viertelstunde früh. Und ich hing die Viertelstunde hinten. Und ich hing die Viertelstunde hin und ich sag zu ihm. Es pressiert doch nicht, wir haben doch alle Zeit der Welt. Sag der, immer. Es pressiert doch nicht, oh da da. Ja. Es pressiert doch nicht, wir haben doch alle Zeit der Welt. Es pressiert doch nicht, oh da, doch.